so das trieb unter bit live gestartet adi ist auch da jetzt der wollte sich das auch mal angucken was die siegesstraße ist er macht schon wieder so genießer blick ich bin ich hänge total fest ja in den nido ransen ich wollte eigentlich die siegesstraße machen aber irgendwie habe ich wenn ich die sehe da kann ich nicht anders als da musst du hin und muss sie fangen die sind so süß und die kommen alle aus diesem einen gebüsch raus und das finde ich total toll und deswegen nehme ich noch eins mit dann ist aber gut dann muss es jetzt aber auch mal losgehen und ich habe es erste mal wirklich geschafft jetzt den titel in die unendliche geschichte ach du meine fresse vergesst ist sie vergesst die fangen serie eben durch einfach einen dicken prügel mit hör mal auf den profi versuchen mal den sack zuzumachen ja ja natürlich ist der sack immer noch auf wahrscheinlich kann der nix sowas muss jetzt wieder ignorieren ja ja kommt ich ignoriere ich jetzt auch ein kugowai das habe ich auch noch nicht das müssen wir auch noch mitnehmen die machen das mit absicht jetzt siegesstraße die wollen nicht dass ich auf die siegesstraße gehe also packen sie jetzt die ganzen weiterentwicklungen hier hin oder was